Die Russland-Versteherin Gabriele Krone-Schmalz über die Arroganz des Westens. Der Möbelverkäufer, Undercover zwischen den Stühlen. Der Comic-Zeichner, die Stars der Szene in Luzern. Heute vor einem Jahr wurde die Krim annektiert. Oder war es vielleicht doch gar keine Annexion? Sie meint, nein. Guten Abend zur Kulturzeit. Wir hören heute am Jahrestag viel über das Referendum auf der Krim, über das, was es ausgelöst, was sich seitdem verändert hat, wohin Russland steuert, Putin, um genauer zu sein. Die Zweifel, die Befürchtungen, die Verurteilungen sind da groß. Die ehemalige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz dagegen appelliert, an den Westen Russland endlich ein Stück besser zu verstehen und nennt ihr neues Buch auch genau so. Sie gibt sich gern als Russland-Versteherin, ein Schimpfwort inzwischen, eigentlich. Damit spricht sie vielleicht auch einigen von Ihnen, unseren Zuschauern aus der Seele. Immer wieder haben wir in den vergangenen Monaten Zuschriften und Beschwerden bekommen, dass unsere Berichterstattung zu einseitig sei. Zu viel Russland-Schelte, zu wenig Kritik Europa gegenüber. Hier also eine andere Sicht auf die Ereignisse, auch die natürlich umstritten. Russland, Putin und die Ukraine, Dauerthema in den Medien. Mittendrin eine Frau, die um Verständnis kämpft. Verständnis im Besonderen für ein Land, das wie kein anderes den Westen provoziert. Oder ist es umgekehrt? Wohl eher, sagt Gabriele Krone-Schmalz, langjährige ARD-Moskau-Korrespondentin. Die Autorin gibt sich eindeutig. Ja, ich bin Russland-Versteherin, und das ist auch gut so. Ich streite mich gerne, aber zivilisiert. Jemand hat das gesagt, mit Florett gerne. Aber nicht mit dem Holzhammer. Der Titel ihres Buches, Russland verstehen, der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens. Der Westen exportiere sein eigenes System und schere sich einen Dreck um Erkenntnis und echte Analysen. Begreift sich im Grundsatz als Maß aller Dinge, beklagt die Autorin. Ich denke, es ist ein absolut, wirklich ein grundsätzlicher Fehler, Russland nicht mit einbezogen zu haben. Damals haben viele getönt, es gibt keine Sicherheit ohne Russland und gegen Russland schon gar nicht. Das hat man jetzt offensichtlich irgendwie vergessen. Putin, keinesfalls, ein lupenreiner Demokrat. So sieht man das im Westen. Die Autorin aber sagt, man stigmatisiere und gebe ihm gnadenlos und zu Unrecht die Rolle des Schurken. Der Respekt, den man noch gehabt hat, zu Zeiten der Sowjetunion, der ist verloren gegangen. Und man hat Russland dann quasi auf die Verliererstraße geschickt. Das war ja nur noch mehr oder weniger Konkursmasse. Und es ist sehr symptomatisch, wenn Menschen sagen, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Weil ein Kalter Krieg ist nur dann vorbei, wenn sich beide Seiten als Gewinner fühlen dürfen. Sonst ist der Kalte Krieg nicht vorbei. Mit Gorbatschow kommt zum ersten Mal Entspannung in die politische Gemütslage. Ein Anfang für das Ende des Kalten Kriegs scheint gemacht. Der Dialog nimmt den ersten Rang ein. Putins Auftritt im Deutschen Bundestag 2001 hinterlässt eine ebensolche Spur. Der russische Präsident betont die Einheit von europäischer Wertekultur. Trotzdem, und die Autorin beklagt vehement, dieser Vorstoß lief ins Leere. Wie viel Offenheit da auch zutage kam, da gab es stehende Ovationen im Bundestag. Aber ernst genommen hat man das im Endeffekt dann nicht. Auch die Vorstellungen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu machen, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur aufzubauen, das wäre sinnvoll gewesen nach dem Zerfall der Sowjetunion und nachdem Deutschland zusammengewachsen ist. Weil da war die sicherheitspolitische Lage natürlich eine etwas andere als vorher. Die Autorin wirbt für einen differenzierten Blick. Politik sei schließlich die Kunst der Möglichkeiten. Der Westen verschenke diese Chance. Darf verharre der im alten Denken. Putin bleibt kaltgestellt und der Westen auf Konfrontationskurs, so die Autorin. Diejenigen, die von Kooperation reden, die kriegen sofort so ein Etikett an die Backe, das ist ja Schwäche oder man muss jetzt Härte zeigen, eine andere Sprache versteht ja Moskau nicht. Das finde ich, ich versuche gerade es höflich auszudrücken, das ist eigentlich dumm. An dem Konflikt in der Ukraine ließe sich belegen, ewige Vorurteile würden abgespucht. Die russische Militärpräsenz auf der Krim verstoße zwar gegen Völkerrecht, aber handelt es sich deswegen um eine Annexion? Gleichzustellen mit Hitlers Überfall auf die Tschechoslowakei? Nein, so die Autorin. Annexion zeichnet sich dadurch aus, dass eine räuberische, gewaltsame Landnahme passiert gegen den Willen der dortigen Bevölkerung. Das ist ja auf der Krim nachweislich nicht der Fall. Selbst diejenigen, die von Annexion reden, die geben ja wenigstens zu, dass die Stimmung auf der Krim so war und ist, wie sie war und ist. Putins Soldaten auf der Krim. Der Westen kann das schwer durchwinken, auch nicht, wenn 60 Prozent der Bevölkerung russisch sind. Der Punkt ist, wenn man Annexion benutzt, hat das ja völkerrechtliche Konsequenzen. Denn Annexion ist der einzige, außer Völkermord, der einzige Punkt, der die internationale Gemeinschaft dazu ermächtigt, militärisch einzugreifen. Was dem Buch fehlt, ist neben aller Kritik am Westen die ebenso kritische Analyse Russlands. Also doch? Putin-Versteherin? Also Verstehen hat ja nichts mit Verständnis zu tun, Verständnis für, sondern etwas Verstehen. Und wenn das als negatives Etikett für journalistische Arbeit betrachtet wird, oh Hilfe, also das hatte ich von unserer Gesellschaft nicht erwartet. Ja, bei allem Verstehen, die journalistische Arbeit auf der Krim ist nicht leicht, seitdem die Russen dort regieren. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat jetzt kritisiert, dass es dort so gut wie keine unabhängigen Medien mehr gäbe, stattdessen jede Menge Repressionen und Angriffe auf Journalisten. Alle ukrainischen Sender seien aus dem Netz genommen und durch russisches Staatsfernsehen ersetzt worden. Kann man sich vorstellen, wie da dann eine Bilanz der Olympischen Winterspiele in Sochi klingt. Jetzt, ein Jahr später. Sicher durchweg positiv. Und das, obwohl Aber und Aber Milliarden verschleudert wurden. So viel wie noch nie für diese Spieler. Gigantisches Ereignis Olympia. Ist es überhaupt noch zeitgemäß? Und wollen wir es tatsächlich in Deutschland haben? Vor wenigen Minuten ist die Entscheidung gefallen, der Deutsche Olympische Sportbund will, dass sich Hamburg für die Austragung der Spiele 2024 bewirbt. Sinnvoll oder unsinnig? Cornelius Janssen. Ein Sportfest, das den Frieden und die Verständigung der Völker will. Olympia. Und auch wir wollen diese Spiele. Oder etwa nicht? Die Olympia-Vergabe gleicht einer Auktion. Wer den Zuschlag bekommt, hofft darauf, ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit zu treten. Das IOC verspricht für die auserwählten Städte mehr Tourismus, mehr Infrastruktur, mehr Ansehen in der Welt. Politiker und Sportfunktionäre scheinen diesem Versprechen blind zu folgen. Doch was bleibt? Profitieren Städte wirklich von den Olympischen Spielen? Der Mythos des ökonomischen Aufschwungs. In Athen sieht man, wie schnell er verblasst. 2004 fanden hier die Olympischen Spiele statt. Nachhaltigkeit? Fehlanzeige. Für die Spiele in Peking 2008 wurden Tausende wegen des Baus dieser Stadien umgesiedelt. Einen Plan, wie es mit dem Gelände nach Olympia weitergehen sollte, gab es nicht. Das IOC scheint das wenig zu scheren. Denn die Olympischen Spiele sind für die Organisation ein Geschäft mit Gewinngarantie. Vertraglich lässt es sich ein Maximum an Rechten und ein Minimum an Pflichten garantieren. Von der Vermarktung der Fernsehrechte erhält das IOC nach aktuellen Studien bis zu 70 Prozent. Ein Milliardenumsatz. In Transparenz und Profitgier. In vielen demokratischen Ländern wächst der Widerstand der Bürger gegen das IOC. Für die Olympischen Winterspiele 2022 haben bereits sieben von neun Städten ihre Bewerbung zurückgezogen. In Oslo hatten die Bürger Einblicke in die Verträge des IOC erhalten und anschließend Nein zu Olympia gesagt. Übrig geblieben sind nur noch die kasachische Stadt Almaty und Peking. Zwei Städte, in denen die Bürger ohnehin nicht nach ihrer Meinung gefragt werden. Autoritäre Regime, die die Olympischen Spiele instrumentalisieren. Städte, die sich einen ökonomischen Vorteil verschaffen wollen. Was ist aus der Olympischen Idee geworden? Live zugeschaltet aus Berlin ist mir jetzt der Philosoph und Sportwissenschaftler Gunther Gebauer. Er befasst sich intensiv mit der Ästhetik und der Theorie des Sports und des Spiels. Guten Abend, Herr Gebauer. Guten Abend. Ja, jetzt ist es raus. Hamburg soll der Kandidat sein, der Deutsche für die Olympischen Spiele 2024. Wie ist Ihre erste Reaktion? Es ist so, wie es von mir erwartet worden ist. Ich habe immer gedacht, Hamburg wird es, weil das, glaube ich, der DOSB befürchtet, dass eine Volksbefragung, die ja noch anstehen würde, in Berlin auf große Schwierigkeiten stoßen würde. Ich glaube, die Angst davor, dass die Berliner Bevölkerung Nein sagen könnte, ist viel zu groß. Da sehe ich eine gewisse Hasenfüßigkeit. Es könnte aber ja auch in Hamburg passieren. Die Kritik insgesamt bei den Bürgern ist ja nicht zu unterschätzen, auch wenn über 60 Prozent in Hamburg jetzt erst mal anscheinend dafür zu sein schienen. Ja, aber in Hamburg ist die Stimmung geschlossener. Natürlich gibt es in Hamburg auch starke Blöcke, kann man so sagen, sehr militante auch, die Nein sagen könnten. Aber es steht die Bevölkerung stärker hinter diesem Konzept, ist begeisterungsfähiger in diesem Fall. Jedenfalls in der Frühphase, das Ganze hat ja noch sehr, sehr viel Zeit und man weiß überhaupt nicht, was daraus werden wird. Und es ist auch die Hamburger Wirtschaft, die sich sehr geschlossen hinter dieses Konzept gestellt hat. Und das hat sicher das Gremium stark beeinflusst. Herr Gebauer, fänden Sie es denn selber gut, die Olympischen Spiele in Hamburg stattfinden zu lassen? Och, ich habe jetzt nichts dagegen. Ich bin generell etwas skeptisch gegenüber der Möglichkeit, Olympische Spiele nach Deutschland zu holen. Sie haben ja eben in dem Vorbericht schon gezeigt, dass Olympische Spiele heute das Problem haben, dass sie mit einem IOC handeln müssen, das sehr autoritär auftritt. Man kann ja fast sagen, das IOC geriert sich heute wie eine Macht, die über allen Staaten steht. Also in Konkurrenz eventuell zu ganz großen anderen Mächten, so ähnlich wie der Vatikan oder ähnliches. Also das macht keinen so einen besonders guten Eindruck. Zumal dort eben, das ist wirklich im Unterschied zum Vatikan, die Profitgier sehr stark ist. Und der kommerzielle Aspekt, alle anderen Aspekte, die ja auch mit Olympia verbunden werden könnten, die viel erfreulicher sind, in den Hintergrund drängt. Das kann man aber sagen, wir haben ja in Deutschland 1972 positive Erfahrungen gemacht. Wir konnten uns nach dem Krieg endlich wieder als weltoffenes, als Deutschland zeigen, öffentlich. Dann hatten wir die Fußball-WM vor ein paar Jahren, wo man auch sagte, Mensch, da wird Deutschland anders wahrgenommen, viel lockerer und selbstbewusster. Das hat das Image total aufpoliert und auch das Selbstbewusstsein der Deutschen. Ist sowas vorstellbar, dass sowas sich wiederholen könnte? Das ist nicht ausgeschlossen. Das hängt ganz davon ab, wie die Spiele veranstaltet werden, ob der Funken überspringt, ob die Bevölkerung mitmacht, wie das Wetter ist, ob die Deutschen gute Leistungen bringen. Das war ja nun nicht unwichtig für das sogenannte Sommermärchen, dass die deutsche Fußballmannschaft plötzlich sehr gut Fußball spielen konnte. Das hat sie vorher jahrzehntelang, kann man fast sagen, vermissen lassen. Da waren sehr viele Unwägbarkeiten, die plötzlich losgegangen sind. Die Bevölkerung hat sich quasi selbst organisiert in Form eines Public Viewings. Das war ja auch gar nicht vorgesehen. Das waren Dinge, die vorgekommen sind. Ich meine, das könnte passieren, es kann aber auch passieren, dass das, was das IOC verlangt, wie eine Bleiplatte über das Land gelegt wird. Das sind sehr viele Forderungen, die gestellt werden. Inzwischen heißt es zwar, das IOC hätte seine Forderungen weitgehend herabgesetzt, würde die Bewerbung der Bewerberstädte begleiten, würde auch Geld zur Verfügung stellen, kleinere ökologischere Spiele befürworten und auch favorisieren. Aber das alles wissen wir ja gar nicht, ob es tatsächlich eintreten wird. Wenn es der Fall sein sollte, wenn wir wirklich kleinere Spiele bekommen sollten, wenn wirklich ein schönes Konzept vorhanden sein könnte, entwickelt werden könnte, dann vielleicht ja, aber wir haben so ein Konzept überhaupt nicht. 72 ist ein sehr schönes Beispiel gewesen. Da hatten wir zumindest einen charismatischen Präsidenten des Deutschen National-Olympischen Komitees. Das war Daume, der mit dem Einsatz seiner ganzen Person und im Übrigen auch seines ganzen Vermögens, das er im Laufe der Zeit auch investiert hat in solche Unternehmungen, und mit seinen ganzen persönlichen Kontakten, seinem kulturellen Kapital, den Kontakten zu den bildenden Künstlern, zu Architekten und zu zeitgenössischen Politikern, mit seinen Ostverbindungen und so weiter, eine ganz großartige Kombination von Kultur, Sport, im Spitzensportbereich, aber auch Sport im Breitensportbereich hinbekommen hat. Damals ist so etwas wie die Trimm-Dich-Aktion angelaufen, die diente dazu, also die Bevölkerung sportlicher zu stimmen. Das sind alles Aktionen, die waren sehr interessant, verbunden mit dem Ausbau von München. Das ist aber alles geschehen, das ist Vergangenheit. Und jetzt leben wir etliche Jahre später und müssen in die Zukunft schauen, für Spiele, die in neun beziehungsweise 13 Jahren stattfinden. Und wir brauchen also ein Zukunftskonzept. Wir wissen ja gar nicht, wie weit die Jugend... Könnte es denn sein, Herr Gebauer, wenn wir jetzt davon, Sie haben schon gesagt, es gibt ein Referendum, die Kritik ist hier nicht zu unterschätzen, dass dann die Olympischen Spiele irgendwann nur noch in Autoritätenstaaten wie Russland oder China stattfinden, weil da eben die Bevölkerung erst mal gar nicht gefragt wird, die Umwelt so wie sehr egal ist und so weiter. Und wir denen das praktisch überlassen. Das kann durchaus passieren. Denn wenn wir jetzt mal annehmen, das Votum in Hamburg, das im Herbst stattfinden soll, unter etwas ungünstigen Bedingungen, da werden dann vielleicht auch einige Fakten bekannt, wer die nächsten Olympischen Spiele ausrichten soll, nehmen wir mal an, das sei Almaty. Das ist nicht unbedingt eine Werbeveranstaltung für die Olympische Idee. Das könnte durchaus sein, dass dann die Hamburger Bevölkerung sich auch besinnt und sagt, solche Spiele wollen wir eigentlich nicht haben. Und dann sieht das eigentlich sehr schlecht aus. Ja, Herr Gebauer, ich danke Ihnen. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis dann in ein paar Monaten. Bitteschön. Mögen Sportler Kunst, egal, gehört heute einfach irgendwie zum guten Ton dazu, also auch ins Fußball-WM-Quartier der deutschen Nationalelf. Der Kunstberater Helge Achenbach hat es vergangenen Sommer in Brasilien also mit Kunst ausgestattet, das Quartier. Kaum war er zurück, wurde er dann festgenommen, am Flughafen Düsseldorf. Heute nun hat das Landgericht Essen im Prozess gegen Helge Achenbach das Urteil verkündet. Sechs Jahre Haft wegen Millionenbetrugs an reichen Kunden. Auch Superreiche seien kein Freiwild, sagte der Richter. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Achenbach das Vertrauen seiner Kunden ausgenutzt. Versteckte Preisaufschläge berechnet und Rechnungen gefälscht hat. Alleine dem schwerkranken Aldi-Erben Berthold Albrecht hatte Achenbach Werke von Kokoschka von Kirchner, Picasso, Gerd Richter und Toni Crack vermittelt, sowie wertvolle Oldtimer verkauft. Durch verdeckte Preisaufschläge entstand für Albrecht ein Gesamtschaden von 19,6 Millionen Euro. Ja, wie kommt man an Geld? Indem man arbeiten geht und es redlich verdient. Am besten mit einer Arbeit, die einem Spaß macht und dazu noch Ansehen bringt. War früher so bei dem Mann, den wir jetzt treffen. Doch dann war die Karriere plötzlich futsch. Und er suchte sich irgendeinen Job als ganz normaler Angestellter. Erstaunt, wie groß da plötzlich der Druck ist, wie unlustig der Alltag. Das geht vielen so. Und deshalb wird dieser Bericht jetzt sicher manchem aus der Seele sprechen. Er spielt an einem Ort, den wir alle irgendwie kennen, meistens aber ziemlich oberflächlich. Wer etwas über den Menschen lernen will, sollte in ein Möbelhaus gehen. Ein Soziogramm, das man betreten kann. Poco, XXXL, Möbelmaler sagen alle ab. Höfner ist souverän, lässt uns rein und stellt uns den Top-Verkäufer des Hauses vor die Kamera. Einen der erfolgreichsten in ganz Deutschland. Hallo, ich bin der Klaus Wacker, arbeite beim Höfner und ich verkaufe hier wahnsinnig gerne Möbel. Und das ist Frau Wichert vom Marketing. Sie steht daneben und passt gut auf, was der Kollege so alles sagt. Sicher arbeiten wir in der Beziehung auf Provisionen, dass je mehr Umsatz, das ich mache, desto steigert sich mein Gehalt. Ich finde es aber auch absolut legitim. Er ist auch Verkäufer in einem großen Möbelhaus irgendwo im Norden. Er nennt sich Robert Kisch, ein Pseudonym. Die Sonnenbrille trägt er, weil er von Arbeitgeber und Kunden nicht erkannt werden will. Kisch hat einen Tatsachenroman geschrieben, Möbelhaus, der sich liest wie ein Bericht aus der Hölle. Provisionsdruck, Erfolgszwang, Psychoterror. Wenn ich viel Umsatz habe, bin ich ein toller Mitarbeiter, toller Mensch. Dann werde ich natürlich auch von der Unternehmensführung mit Handschlag begrüßt. Wenn ich aber nicht diesen Umsatz bringe, den man sich vorstellt, dann werde ich zum einen nicht mehr begrüßt. Aber ich fühle mich auch selbst wertlos. Ich sehe jeden Tag an irgendwelchen Zahlen, was mein Wert ist. Der Mann, der sich Kisch nennt, war früher ein gefragter Journalist. Reportagen weltweit, Preise, Hollywood-Interviews. Als er zum zweiten Mal seine Stelle verliert, beginnt er im Möbelhaus zu arbeiten. Bleibt hängen, kommt nicht mehr raus. Kollegen bitten ihn, schreib auf, was hier passiert. Zum Beispiel den Fall einer gedemütigten Provisionsverkäuferin. Diese Frau Pomerenke in dem Buch ist eine Frau, die hat einen kleinen Einbruch. Und sie wird natürlich sofort zur Geschäftsführung zitiert. Und dort versucht man ihr klarzumachen, dass dieser Einbruch ihrer Umsatzzahlen, und nur darum geht es ja, das ist eine Folge dessen, weil sie zurzeit keinen Mann hat, weil sie irgendwie unglücklich ist, weil ihr Leben nicht ganz stimmt. Das heißt, sie bekommt in der Form von Psychofolter alles an den Kopf geschmissen, was in ihrem Privatleben nicht funktioniert. Und damit versucht man, sie wieder aufzubauen, was natürlich pervers ist, das ist schizophren. Und das Ergebnis ist, wie sie dann später erzählte, das Einzige, was sie vorhatte, war, nicht zu heulen vor der Unternehmensführung. Zurück bei Höfner, Express-Abteilung. Hallo, mein Name ist Tobias Schmidt und Sie können alles von mir haben. Und das ist Herr Wogramm, Abteilungsleiter. Der steht daneben und passt gut auf, was der Kollege so alles sagt. Ich sitze oft da mit den Kunden und lache einfach mal eine Runde, weil es halt einfach lustig ist, wie die Leute agieren, weil jeder natürlich ein anderer Charakter ist. Das Sofa können Sie gut transportieren, Transportweg, Türbreite, kriegen Sie gut bei sich in der Wohnung rein, ohne irgendwelche Probleme. Wir haben noch so einen Gutschein, ich weiß nicht, ob das geht. Dieser 30 Euro Gutschein? Genau. Ja, super Gutschein, aber funktioniert nicht auf Möbel. Mach's mit nur fertig. In Kischs Buch machen auch die Kunden Terror, haben permanent Panik, betrogen zu werden und behandeln die Verkäufer wie Dreck. Das war ein älteres Ehepaar und es war ein schöner Verkauf und es hat Spaß gemacht, denen was zu verkaufen und die waren auch sehr zufrieden. Und am nächsten Tag brach dieser ganze Frieden und diese ganze Harmonie zusammen. Dann kommen nämlich die Kinder ins Haus und das erste, was man dann hört, ist Betrug. Und der Kauf muss rückgängig gemacht werden. Der Sohn schreit mit roten Flecken im Gesicht. Dabei wedelt er aggressiv mit dem Kaufvertrag herum. Er führt einen tätowierten Pantherspazieren, der sich am Hals bis zum Ohr hinauf windet. Sie halten den Mund, brüllt er. Und Sie hören von meinem Anwalt. Kari in München. Neben Höfner das einzige Möbelhaus, das uns überhaupt drehen lässt. Die Branche ist ängstlich. Mein Name ist Marvin Oppenberger und ich berate die Wohnsinnigen. Und das ist Frau Knacke vom Marketing. Sie steht daneben und passt gut auf, was der Kollege so alles sagt. Es geht einem einfach dabei das Herz auf, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwo auf der einen Seite den Kunden zufriedengestellt hat und auf der anderen Seite auch noch für sein Unternehmen irgendwo gewinnbringend gearbeitet hat. Das Erstaunliche ist, dass die meisten, mit denen ich gut klarkomme, eigentlich so mit einer Art von Zynismus durch den Tag gehen. Und Leute, die auch, ich will nicht sagen schlichteres Gemüt haben, aber die jetzt nicht groß, die großen Philosophen sind, aber alle kommen irgendwann in der Mittagspause mit dieser Frage auf, was soll das eigentlich? Das habe ich so extrem noch nie in einem anderen Betrieb erlebt. Möbelhaus von Robert Kisch. Ein düsterer Blues. Kunstvoll wiederholen überlagern sich die Fälle im Buch, bis sich das Gefühl würgender Klaustrophobie einstellt. Ein Buch über die Angestelltenwelt von heute. Ja, wäre interessant, so ein bisschen, wer dahinter steckt, welcher Kollege. Alles andere als ein normaler Angestellter ist er. Nichts von gleichförmigem Alltag, seine Welt ist bunt, seine Kunst ist gefragt. Wolfgang Tillmanns gehört zu den erfolgreichsten Fotografen und Malern unserer Zeit. Eines seiner Bilder, es heißt Freischwimmer 54, hängt im Frankfurter Städel, das gerade 200. Geburtstag feiert und im Rahmen unserer Jubiläumsserie betrachten wir es jetzt näher. Freischwimmer 54 von Wolfgang Tillmanns. Freischwimmer löst Assoziationen aus. Ein ganzes Gewitter an Bildern aus der Wirklichkeitszone. Was ist das? Haare? Vom Baden noch nass? Grün von Algen und brackigem Wasser? Es ist eine Fotografie, entstanden im Labor, ganz ohne Fotoapparat. Der Künstler hat das Papier bearbeitet. Wie genau, bleibt sein Geheimnis. Das Bild hat die Wirklichkeit nie gesehen. Mit kurzem Pochen schlägt die Welt an seiner Tür. Doch das Bild verschließt sich. Es will nichts darstellen und erzählt doch von Flüchtigkeit, Zeit, Sinnlichkeit. Sind das nicht Schamhaare, Kaulquappen, kleine Nägel? Vielleicht. Wolfgang Tillmanns Fotografie ist unterwegs zur Malerei. Sie bewundert deren Abstraktion, die Fähigkeit, nur Farbe und Form sein zu dürfen. Er hat eine ganze Serie geschaffen, bei der ein Stück Papier die Grenzen der Fotografie auslotet. Freischwimmer meint nicht Chlorgeruch und Kindergeschrei. Es ist die Kunst selbst, die sich hier freischwimmt. Weg von der Wirklichkeit, hin zur reinen Form. Strukturen und Schlieren umgeben von nichts. Das ist alles. Schön, nicht? Mehr schöne Betrachtungen von Städelbildern finden Sie zum Jubiläum bei uns im Internet auf kulturzeit.de. Gestern waren alle Bürger in dieses Frankfurter Museum eingeladen, um den 200. Geburtstag zu feiern, bei einem riesigen Fest. Kunst angucken war da allerdings schwer, denn es war voll, mordsvoll. Wir haben uns ins Gedränge geschmissen. Erste Station unseres Da, Da und Da. Ein Geschenk für alle sollte es sein. Freier Eintritt und ein Festprogramm für alle Bürger zum 200. Geburtstag des Städel-Museums. Das Problem? Es kamen wirklich gefühlt alle Frankfurter. Die gerade eröffnete Monet-Ausstellung war natürlich das Objekt der Begierde. 100 Bilder aus der ganzen Welt, auch aus Privatsammlungen. Und das Bild seiner Frau auf dem Totenbett. Monet hielt es Zeit seines Lebens unter Verschluss. Mir ist das ja schon fast zu voll hier. Aber die Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger ist nur konsequent. Und ganz im Sinne des Stifters Johann Friedrich Städel. Denn der wollte ja vor 200 Jahren schon, dass seine Kunst möglichst allen zugänglich ist. Was es sonst noch so gab? Im VIP-Bereich eine Performance der tschechischen Künstlerin Eva Kotatkova. Außerdem stellten Prominente wie der Künstler Tobias Rehberger Lieblingsstücke aus der Sammlung vor. Er hatte ein Bild von August Macke als Reproduktion mitgebracht. Das Original ist noch nach München entliehen. Erinnerung an den ersten Städel-Besuch. Damals war das ein bisschen schwierig für mich zu verstehen, dass so was Unheeres wie die Spielsachen vom Kind zu malen, dass das vielleicht auch Kunst sein könnte. Und dann die Geburtstagstorte. Ganz naturgetreu. Ein echtes Bürgerfest. Berliner Ensemble. Schubert in der Zirkusmanege. Das Forellenquintett. Zirkusdirektor Caribaldi hat nur ein Ziel. Schubert's Forellenquintett perfekt aufführen. In Thomas Bernhards Macht der Gewohnheit will Caribaldi seine Artisten zu Höchstleistungen antreiben. Erfolglos. Wer nicht probt, erreicht nichts. Wer nicht übt, ist nichts. Die Sehnsucht nach Perfektion, die Sehnsucht nach der schönsten Kunst und das ewige Scheitern, dass es nicht gelingt. Man hat einen Traum von einer Musik, von einem Theaterstück, von einem Roman, von einem Film und immer geht es schief. Vollkommenheit. Vollkommenheit. Verstehen Sie sonst nichts. Caribaldi, mitreißend gespielt von Jürgen Holz, lässt den Zuschauer spüren, es geht auch um Altern, Scheitern, Vergänglichkeit. Das Untergehen dieser großen Persönlichkeiten, das erleben wir ja. Diese großen Clowns, diese großen Denker, diese verrückten Theaterdirektoren, die wird es ja nicht mehr geben. Das ist das Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, die Zwerge hervorbringt, Lebenszwerge. Absolute Harmonie, ein unmögliches Ziel von Caribaldi. Der Zuschauer hingegen sieht ein durchaus harmonisches Stück. Was für ein überzeugender Caribaldi. Aber ist das Stück nun tragisch oder komisch? Die Inszenierung zeigt die Besessenheit des Zirkusdirektors so eindringlich, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Energiesparlampen erhellen Gott. Burkas bestrafen Falschparker und Ehemänner. Die Türken retten Griechenland mit einer Dönerinvasion. Satire hat viele Gesichter, besonders wenn die Karikaturisten Gräser und Lenz den Stift in der Hand halten. Aber wann ist ein Witz gelungen? Ich glaube auch nicht, dass es einen niveauvollen Witz gibt. Es gibt einen Witz, der funktioniert, der das Gegenüber zum Lachen reizt. Die Lacherernte ist das einzige Kriterium. Hauptsache, er ist ordentlich wie der Borstig und nicht so nett. Die Veranstalter der Satireausstellung im Schloss Philipsburg hatten Angst. Angst, Gräser und Lenz könnten durch diese, ihre bislang einzige Mohamed-Karikatur, zur Zielscheibe von Terroristen werden. Diese Karikatur war eine Trotzreaktion auf Charliette Doh und ein klares Signal. So wenig wie es ein Backverbot für Bäcker und ein Wurstelverbot für Metzger geben kann, kann es für bildende Künstler ein Abbildungsverbot geben. Aber was darf Satire und was nicht? Gerade im Vorfeld der Ausstellung wurde diskutiert. Soll man sich aus Angst einer Zensur beugen? Satire ist manchmal böse, manchmal auch heftig, aber letztendlich ist es eine Kunstform und die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern. Satire nach Sicherheitsstandard? Das ist ja wohl ein Witz. Was ist eine Karikatur und was ist ein Comic? Dass beides eben Kunst sein kann, das jedenfalls muss man heute überhaupt nicht mehr beweisen. So groß ist die Vielfalt, anspruchsvoll gestaltet. Das zeigt jedes Jahr das Luzerner Comic-Festival Fometto auf italienisch Sprechblase, wörtlich die kleine Rauchwolke. Das Schöne dort, man kann den besten Comic-Zeichnern direkt selbst begegnen und sieht ein, dass sich bei aller Skepsis wirklich alle Geschichten genau auf diese Art erzählen lassen. Im Salon eines luxuriösen Hotels in Luzern. Modell liegen als Jesus Christus. Für eine Abwandlung eines Meisterwerks von Holbein. Am Werke ist der belgische Comic-Künstler Peter van Herselen, alias Herr Seele. Ein Universalgelehrter mit Entertainer-Qualitäten. Er liebt es, dem Publikum zu zeigen, dass in der Comic-Kunst die wahre Meisterschaft liegt. Man muss auch ein bisschen konkurrieren mit Reality-TV, finde ich, heute in Kunst. Das ist auch was Schönes an Comics natürlich. Wir sind noch die wirklichen Zeichner. Wir haben eine Kalligrafie, wir können gut zeichnen. In die moderne Kunst fehlt das ein bisschen natürlich. In die Christusfigur hat sich das Haupt von Cowboy Henk eingeschlichen. Die Comic-Figur gilt in Belgien als Kult. Politisch unkorrekt und selbstgefällig. Schon seit über 30 Jahren feilt Herr Seele an dieser Figur. Ich bin besser geworden. Das ist kein Vorteil eigentlich. Ich liebe die expressionistische, sehr primitive Kunst. Aber er ist schöner geworden. Er ist ein fantastischer Hero, ist er eigentlich. Sehr Rock'n'Roll-Figur auch. Ich denke, das ist sehr wichtig für die Leute, um so ein Rock'n'Roll-Ding in das Leben zu haben. Jetzt, wo er in der Schweiz ist, darf sich Cowboy Henk an Heiligtümern beweisen. Auch die Gemälde eines Ferdinand Hodler sind vor ihm nicht sicher. Das ist belgische Comic-Tradition auf den Spuren der grossen Meister. Wir sind eine Maschine, eine surrealistische Maschine. Wir machen Surrealismus, wir sind die Generation nach dem Surrealismus. Wir machen das auch, aber wir machen ein Turbo-Surrealismus. Und auch ein populäres Surrealismus, ein Volks-Surrealismus. Ich nenne das auch ein bisschen Heimat-Comic eigentlich. In seinen persönlichen Kosmos holt uns der spanische Zeichner Miguel Gallardo. Ganz einfach, meist mit dem Kugelschreiber, hält er das Leben seiner Tochter Maria fest. Maria ist Autistin. Am Anfang trauerte Gallardo. Dann lernte er die Umstände akzeptieren, indem er sie zeichnete. Wie es ist, noch mit 20 in vielem auf dem Stand einer Fünfjährigen zu sein. Aber auch ihre besonderen Begabungen. Maria kann sich die Namen aller Menschen merken, die sie jemals getroffen hat. Für das erste Buch über Maria habe ich 13 Jahre gebraucht. Das war die Zeit, die ich benötigt habe, um alles, was mit Maria los war, zu verdauen. Damit ich ihre Geschichte mit einer anderen Sichtweise erzählen konnte. Mit einer optimistischen, vitalen Sichtweise. Anders als alle anderen auf Autismus schauen. Kaum etwas im Leben kann einen umwerfen, so scheint es, wenn man einen Zeichenstift hat. Und Humor. Besessen von Details. Das Werk des Zeichners Puschwagner. Einer der bekanntesten norwegischen Gegenwartskünstler genießt den großen Auftritt im Museum. Entschuldigung, dass ich so spät komme. Der Künstler treibt seine Gesellschaftskritik in feinstem Tuschestrich bis ins letzte Detail. Als hinge das Leben davon ab. Wenn es mir nicht gelungen wäre, mein Zeichnen zur Perfektion zu treiben, in meinen Augen, nicht in den Augen der Öffentlichkeit, dann hätte ich Selbstmord begangen. Ja, ich habe nichts gesehen. Soft City, die Graphic Novel, die hier im Original gezeigt wird, das ist Puschwagners Opus Magnum. Eine düster futuristische Vision einer Gesellschaft, in der der Mensch, ähnlich wie bei Orwell, total kontrolliert ist. Seit den 70er Jahren hatte er daran gearbeitet. Nach der Vollendung verschwand das Werk auf mysteriöse Weise. 40 Jahre nach der ersten Zeichnung wurde es wiederentdeckt. Und der Künstler in seiner Heimat eine Berühmtheit. Er, der über lange Zeit durch alle sozialen Netze gefallen war und zeitweise auf der Straße gelebt hatte. Ein Außenseiter wurde zum Kunststar. Ich war in der Gosse, verstehen Sie? Mein jetziger Agent hat mich da rausgeholt. Und seitdem habe ich ein neues Leben begonnen. Ich habe eine Sache gelernt. Wenn es keine äußere Macht gibt, die dich zwingt, etwas zu tun, was du nicht aus eigener Kraft schaffen würdest, dann hast du vergeblich gelebt. Puschwagners Bilder hängen heute in Norwegen in den großen Museen. Comic als nationaler Kunstschatz. Nichts war vergeblich. Birk ist bekanntlich eine sehr vielseitige Künstlerin. Das renommierte MoMA in New York hat ihr gerade eine Ausstellung gewidmet. In der Zusammenstellung dort aus Videos, Kostümen, Fotos und sogar Tagebüchern sieht Pjörg eine intime Reise. In erster Linie bleibt sie bei all dem Sängerin und hat Anfang des Jahres ihr zehntes Album rausgebracht. Ein Lied darauf heißt Lion Song und mit dem Video dazu verabschieden wir uns jetzt. Morgen gibt es für Sie hier ab 19 Uhr ein Dreisatt-Thema mit dem Titel Vorsicht, Diagnose. Wir sind übermorgen wieder für Sie da. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.